So, herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier auf meinem Kanal vor uns liegt genau der Aber. Wir sind da. So, so wie es aussieht, ist es so, wie ich es beinahe befürchtet habe. Wir werden mal sehen, wie lang dieses Video wird, ansonsten wird das gleich mit hochgeladen. Wegen fünf Minuten, eine ganze Woche warten auf den Video ist ja auch Affenzirkus. So, das ist jetzt die bekannte Arberstraße, die da vor uns liegt. Jetzt weiß ich, wie wir lang gefahren sind. Tatsächlich bin ich die Strecke noch nie gefahren. Ja, es gibt immer mal ein erstes Mal und das ist auch gut so, weil man dann immer mehr kennenlernt. So, Furt im Wald, Bayerisch Eisenstein, Abersee und die Bergbahn. Und hier unten, ganz cool, kann ich nur empfehlen, hier unten gibt es dieses Bikercafé. Also hier gehen auch, hier gibt es auch, also hier ist der Abersee und, Entschuldigung, jetzt zeige ich euch verdeckt, hier ist der Abersee und gleichzeitig noch Spaziergang und allem Möglichen. Und wie ihr seht, hier ist gut was los und wir werden jetzt mal schauen, ob wir da was essen oder ob wir nichts essen. Wir werden gleich mal schauen, erstmal neutralen rein. So, das war ein kleiner Cut. Die Absprache müsst ihr ja so nicht mitbekommen. Wir werden jetzt da nicht essen. Da kann ich aber auf jeden Fall das Essen empfehlen. Da war ich schon ein paar Mal, da drum ist ein See. Um den See könnt ihr rumlaufen. Aber festes Schuhwerk, das ist kein ausgebauter See. Ihr müsst auch hier und da mal klettern, ein bisschen. Nicht viel, aber ich sage mal, für Omi mit 76 ist das vielleicht nicht mehr was. Ja, aber ansonsten sehr zu empfehlen, das Restaurant haben sie gerade erst wieder neu aufgebaut. Tatsächlich war es vorher so eine kleine Hütte und keiner wusste so wirklich, boom. Und dann hat das so eingeschlagen und dann haben sie richtig Geld in die Hand genommen. So, wir sind jetzt noch auf dem Weg zur Bergstation, wo die Gondel quasi hoch geht. Ja, und ich denke, Leute, seid es mir nicht böse. Dieses Video kommt mit dem anderen Video zusammen. Ab der Bergstation ist dann Ende. Dann sind wir beim ABA angekommen. Und auch wenn wir uns jetzt schon gerade auf der ABA-Straße befinden, am Berg. Aber trotzdem. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst ein paar Kommentare da, ob es euch gefallen hat. Und beantwortet mir meine Fragen, die ich euch gestellt habe. Und bis dahin würde ich sagen, bleibt da alle gesund. Und ich würde sagen, reingehauen und tschüss gesagt. Und ich lasse es jetzt einfach so laufen. Und wenn ich an der Bergstation angekommen bin, dann ist das Video vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.